Gut, dann starte ich auch schon mal die Aufnahme. Dann zieh ich mal. Hallo! So. Ach, Booster brauchen wir nicht, wir sind gut genug. Na ne, Booster aber jetzt. Hab ich jetzt... Doch, ich hab glaub ich einer. Ich hab gar keine, ich hab nicht mal mit ihm ziehen. Weiß, was ist das denn hier? Achso, da gräbe ich mich. Das gilt halt. Ja, warten wir jetzt mal, ob welche kommen. Aber die können auch so nachteilen, also das wäre jetzt auch nicht das Problem. Aber egal, kannst du schieben? Ist ja einfach, das wirst du ja schon mit deinen Highspeed-Skills hier im Spiel schon schaffen. Du ist einfach, ne komm, mach nur mal. Äh, ich hab beliebiges Spiel gemacht. Ich kann dich nicht einstellen, oder? Doch. Weil du so ein Pro bist. Das war schwer. Das wird echt schwer, meine. Ich weiß. Weil jetzt die, die wir im normalen Spiel haben, die haben uns schon teilweise verkannt. Die sind eigentlich so geil wie die einen. Ja, das ist meine erste Runde, ja. Ja, ich kann mit Level 2 kommen dir ins Spiel. Ich weiß nicht, wie dein Charakter aussieht. Ich hab Sturmgewehr. Ja, das sieht aus. Ich hab nur, ich hab einfach nur das Sturmgewehr. Also... Der ist rot. Wird er eigentlich noch blau haben? Wird man. Deiner ist rot? Deiner ist rot, ja. Du wirst ja passen, wenn du stirbst, dann merkt ja keiner... Wenn du stirbst, merkt keiner durch was, wo die Schusswunde war. Ja, das Rude ist dafür ein bisschen zu hell. Ach, dein Pult ist mit Wasser angeräuchert. Alles klar. Mein Pult ist mit Wasser angeräuchert. Alles klar. Mein Pult ist mit Wasser angeräuchert. Das ist schwer. Hast du schon in die Map gespielt? Die Mission? Äh, ich glaub eine Mal. Ja, das war doch nicht zu lange. Gut, dann kennst ich mir wenigstens eine aus. Glaube ich jedenfalls. So, was für Waffen hast du dabei? Ja, aha. Ja, aha. Ich bin im Ladebildschirm des Todes. Ladebildschirm, Mama. So, da bist du ja. Keine Mutter. Weiter. Was soll ich bei den Kabel? Hey. Das ist zu lange. Wir sind grad... Bist du ein Typ oder bist du eine Frau? Alles ist fast nur so aus wie ich. Ja, ich bin eine Frau. Okay, also da hört genau zu. Ne, das ist die Anfangs-Sache. Kann der sterben? Ja. Boah, ist aber ne fette Bumper. Ein bisschen blau. Tobias wird mit seinen Leuten zu euch stoßen, sobald ihr das Zeichen gebt. Sie werden eure Fahrer sein, also passt auf sie auf. Ja, aber grafisch ist das hübsch. So, das stimmt. Hat doch alles auf Ultra. Du kannst, ähm, auch höher stellen. Ich finde die Chinesen immer gut. Fand ich auch bei Keyshot's Let's Play geil. Äh, Koreaner. Ja, von Keyshot's Let's Play. Fand ich die geil, über die Sprüche. Hey, ich weiß, das sind Koreaner. Fand ich Chinesen. Achso. Das sind alles Asiaten. Alles gleich. Lündern. Die Pistole ist einfach die beste Waffe hier im Spiel, oder? Muss dich gar nicht mal hier mit Pallen anlegen. Und? Oh oh. Werde beschossen! Werde beschossen! Boah. 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 Muss mich mal heilen. Der Stützpunkt ist ganz in der Nähe. Es könnte sich lohnen, die Umgebung nach einem anderen Eingang abzusuchen. Quack. Ja. Ja, komm jetzt. Komm jetzt. Hier lang. Rechnet mit starkem Widerstand in und um den Stützpunkt. Achtung, Schaffschütze. Hallo. Scheiße. Na komm her. Schuppchen. Ich will dein Kopfchen sehen. Warte. Senk ihn ab. Er ist schon ein Problem. 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 Wo ist denn der Typ? Oh oh. Komm schneller. Jetzt schnell. Schneller. Ok komm jetzt. Warte jetzt habe ich keine... Ich geh schon mal rein. Ich komm jetzt. Ich komm jetzt. Ich komm jetzt. Ok. Ihr seid drin. Da oben. Boah. Alter. Ich schieß schon schlecht als meine Oma. Bist du am Leben noch? Nö. Aber du kannst mich wieder wehlen. Ich komm jetzt. Ich komm jetzt. Ich komm jetzt. Ich komm jetzt. Oh my god. Ey. Lootet ihr. Bekommst du mehr Munizu. Äh. Ich weiß. Und dich nicht fallen. Abschießen lassen. In irgendwelchen. Äh. Schaffe. Das ist hier oben. Da oben ist Munizu. Da oben ist Munizu. Ich hab noch eine Granate. Boah. Ich seh ich. Boah. Ich find die Pistole so geil. Ist ganz gut. So. Immer schön. Ich muss looten. Ey. Es ist mein Loot. Immer schön. Das Wichtigste. Looten. Ja. Das kennen wir von Foulout. Ja. Warte. Ja. Warte. Ja. Jetzt probier ich die. Die Schrotwinde. Wuhu. Ist sie gut. Warte. Warte. Das ist ne Vierfachschrotwinde. Hast du mich gesehen? Ich hab ihn von hinten reingeballert. Ja. Krass. Also mit Wollshed ist es einfacher. Wenn man ein Team hat. Boah. Jetzt wieder das Stift. Oh. Oh. Oh nein. Äh nein. Warte. Lenk ihn ab. Wie bitte. Schwieg drauf. Warte. 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 Bullshit. Arsch. Dann zeig mir deinen Erektur. Zeig mir deinen hinterher. Oh. Das war ein ganzes. Das ist ein ganzes. Oh. Der Stützpunkt ist frei von KVA Streitkrebsen. Gute Arbeitgeister. Was hat der? Ihr müsst die Steuerung finden, mit der man die Stützpunkttore öffnen kann. Ja ja. Easy. Gute Arbeit Leute. Ich bin zufrieden mit den Adlern, dass sie sich näher können. Ich bin zufrieden mit den Adlern, dass sie sich näher können. Ich bin zufrieden mit den Adlern, dass sie sich näher können. Ich hab auch keins mehr. Wenn du den Fu drückst, oder ich rufe den Hut, ist es? Dann kannst du Sachen kaufen. Wir bezählen jetzt den Stützpunkt. Ja. Also unten zum Beispiel die Sachen. Achso. Ich hab nen Hacker. Okay. Wir sind bereit. Und das zweite ist Spendstoff. Oh. Unsere Taktis sind aber angeschlagen. Ganz schön. Lass uns schleunigst von hier verschwinden, ehe die KVA durchsammeln kann. Warte mal. Ich muss dich glaub ich da mal kurz lauter stellen, weil du bist ein bisschen leise. Okay. Die Trucks fahren los. Formiert euch und erlediert sie zum Unterschlupf. Wir werden getroffen. Euro. Macht's so wie ich. Ich komme. Siehst du mich? Ja. Also ich bin da einfach zu. Na. Das ist eigentlich schon zu komisch, oder? Scheiße. Scharfschütze. Das ist echt davor. Ich bin so geil. KVA von uns. Sie schützen die Trucks. Scheiße. Ich habe DC nicht gesagt. Der ist das nichtומ�fig. Ich habe nicht so weit gleich geflogen. Geflogen nehmen. Wenn ich einfach . Ja, der ist Mike. A1 팬�. Deineau oder Deter. J drinken nach. OHH. Ich dachte, dass es den gleich hoch geht. Die Shotgun ist echt ganz nice irgendwie. Guck ich, ich hau es danach mal aus. Verhaltlich hatte ich den Loot, den ich hier einsammle? Ne, das ist halt gut für den Loot. Das sind ja meistens Division und so weiter. Das ist so dämlich, oder? Das ist eigentlich ganz cool. Mit diesem Team. Ach so, dass er sich davor nicht geben lassen kann, Kaja, das ist voll geil. Aber weißt du, du wirst auch so geschoben, ne, dass du mitfährst. Ja! Vor uns versteckt sich eine Sorg-Truppe. Wir müssen sie ausschalten, sonst können wir nicht weiter. Wir nehmen Schaden! Scheiße! Der dürft sich anhalten! Cleo, vor mir noch mal weg! Weißt du, der hier ist ein Heavy-Aus. Scheiße! Ich hab keine Medi-Kids mehr. Wenn sie uns festnageln, sind wir am Arsch! Warte, ich bin eben dich wieder. Geh, weide ich nicht um mich. Ich hab keine Familie. Doch! Ist wichtig! Lass dich sterben! Ja, ich geb ihnen einen Headshot, den er überlebt ist. Ja, ich geb ihnen einen Headshot, den er überlebt ist. Sie sind immer wieder richtig primum, ey! Nicht! Es geht! Rauf! Ja, das ist... Boah! Aua, aua! Oh fuck! Boah, da liegt ein Auto! Wir nehmen Schaden! Scheiße! Ja, ja! Ich steh ihn nicht! Ich hab keine Munition mehr. Oder kein Leben mehr. Geh, die Deckung! Gibt's irgendwo Heilungen mehr? Äh, ab und zu, ja. Boah! Alter, ey! Alter! Also das Medi-Kids hab ich mir gerade verdient. Ja, ab uns suchen die Medi-Kids, ja. Aber da muss man ein bisschen Ausscheulern halten. Ja. Kann man die selbst herstellen? Äh... Reiß dich zusammen, Alter! Ihr schafft's doch! Ich glaub ich kann uns mal ausrüsten, was du mehr drehst und mehr ausreiten kannst. Ich glaub ich. Bei den Autos musst du... Da siehst du ja unten immer so ein... Also hinten... Ja. Geh ich gerade. Da musst du draufschießen, dann gehen wir schneller verblutzen. Das ist deutlich schneller. Ich will jetzt hinternehmen. Der weg liegt hoch. So, bin wir ja da. Ich musste nur kurz... Tür zu machen. Äh. Da ist endlich die Cousine weg. Sie versuchen uns zu flankieren! Sie dürfen nicht hinter uns gelangen! Weg! Ich glaub ich werde aber auch erst die Pistole aufrüsten, oder? Das ist ne gute Idee hier, ne? Aber ich muss... Ich muss lauter sprechen. Ja, ich spreche schon laut genug. Zum Monterschlupf ist es nicht mehr weit! Wir haben's gleich geschafft, Leute! Wartet, ich muss noch looten! Dann muss ich bis zu einem. Weilt euch, Geister! Wir müssen sofort von hier weg! Der C-Tanzü übrigens ne Taschenlampe am Mann, dann ist es ein bisschen heller. Pfff, der braucht schon ne Taschenlampe! Wir wollen's jetzt, wird's schwer, aber jetzt komm... Vorsicht! Wolverine! Ich weiß, du meinst Wolverine. Den kann ich aber hacken, ne? Ich weiß, du meinst auch über das. oh ich wollte von der rakete gegrillt ich weiß nicht ob ich dich da einfach einfach hinter der mauer wie der eine es jetzt macht ach so das war die raketenwerfer dieser panzer wie schaltet man kann man den hacken mit diesen dingern ich weiß nicht du kannst auf jeden fall den aber mit sachen ne da schiebt er sofort auf mich ähm heilungskids gibt es ja nirgendswo oder ja wenn er von hinten am kraten fand er mich Oh, das ist das, ich hab was. die sie auch die schicken aber der reichner ich will das ist das arbeit ich muss so gehen macht Spaß das Spiel hätte ich mir nicht vorgestellt jetzt macht es Spaß wow ich hab ne Bestleistung mal gemacht du hast bestimmt schon Doppelwaffen tragen oder? ja das hab ich uns gespielt ja ich glaube das bringt richtig gut Vorteil weil du ziemlich viel Munition an hast ne ja